Lass uns so ein bisschen über das Unionsspiel sprechen, vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie ihr das gewohnt seid. Das liegt natürlich daran, dass wir diese Woche schon jede Menge Content produziert haben, das haben wir gerade eben schon gesagt. Wir wollen euch natürlich auch nicht langweilen, aber wir wollen trotzdem dann halbwegs ausführlich über die Spiele des VfB Stuttgart sprechen und euch natürlich auch eine kleine Vorschau nachher zum Wolfsburg-Spiel bieten. Sebastian, los ging es ja gleich mal mit einer Schreckensnachricht. Orel Mangala musste verletzungsbedingt draußen bleiben, für ihn rutschte Philipp Förster in die Mannschaft. Es gab wohl Bedenken, also Mangala hat wohl muskuläre Probleme angemeldet. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es schon im Laufe der Trainingswoche immer mal wieder so kleine Zimperlein bei Mangala. Hat immer mal wieder angemeldet, hier zwickst, da zwickst und eigentlich dachte man aber, er könne am Dienstag spielen. Und dann hat er beim Aufwärmen eben gespürt, es ist dann doch vielleicht ein bisschen ernster. Und man hat ihn dann sicherheitshalber rausgenommen. Es heißt, dass er bis Sonntag wieder fit sein soll. Aber was man definitiv gemerkt hat, ist, wie wichtig Orel Mangala wirklich für das Mittelfeld ist. Also wir wussten es wahrscheinlich schon, aber hättest du gedacht, dass Mangala fast schon unersetzlich ist, zumindest jetzt in dem Spiel? Nee, also wir haben, wie du sagst, schon festgestellt, dass er einen großen Anteil hat an dem Erfolg, den der VfB in der Saison hat. Aber dass er so wichtig ist, hat man jetzt wirklich erst durch sein Fehlen gemerkt. Und erstaunlich war ja, dass nicht nur sein Fehlen entscheidend war, sondern dass man auch gemerkt hat, dass Endo ohne ihn nicht so gut ist, wie er sonst ist. Und dass er Mangala oder jemanden wie Mangala auf jeden Fall braucht, um seine volle Power da entfalten zu können. Weil ja, Endo hatte einfach viel zu viel Raum, da quasi abzudecken und ist nicht so richtig ins Spiel gekommen. Da hat er einer seiner schlechteren Leistungen gezeigt, was ja weniger an ihm liegt, als vielmehr an Mangala, der nicht auf dem Platz stand. Ja, also gerade was du sagst, die großen Räume, die er da abdecken musste, waren ein Problem. Dann fand ich, hat es seinen Gegenspieler von Union Berlin auch richtig gut gemacht. Das war der Herr Kriesbeck, da werden wir nachher noch mal ganz kurz drüber sprechen. Der hat wirklich eine gute Partie abgeliefert und grundsätzlich, muss ich erst mal sagen, war für mich Union Berlin bislang der stärkste Gegner in der Saison. Also mich hat es ein bisschen gestört, wie die Presse auf das Spiel reagiert hat. Also ich fange mal anders an. Nach dem Spiel bin ich erst mal auf Twitter gegangen und habe gesagt, holy shit, was ist denn hier los? Also da konnte man ja denken, der VfB spielt gefühlt seit anderthalb Jahren den größten Rotzen der Bundesliga und wird jetzt von einer Drittligamannschaft aus dem DFB-Pokal rausgekickt oder so. Also natürlich auch nicht alle, aber viele Tweets haben mich dann schon wirklich erschreckt, wie negativ man das Spiel gesehen hat. Wir waren auch nicht begeistert, aber ich fand, der VfB hat es eigentlich ganz okay dann noch hinbekommen gegen Union Berlin. Und man muss einfach mal anerkennen, und das ist eigentlich jetzt meine Kritik an die Presse, man muss einfach mal anerkennen, dass Union hier wirklich eine gute Partie hingelegt hat. Und da finde ich, dass das Spiel, die Leistung des VfB im Allgemeinen ein bisschen falsch eingeordnet wurde. Man hätte meiner Meinung nach mehr auf die Stärken Unions abzielen müssen und die voranstellen müssen. Stattdessen zerredet man mehr oder weniger den VfB und spricht davon, ja, nur Querpässe, kein Tempo, Ideen los. Ja, aber das war jetzt nicht so, dass die Mannschaft irgendwie nicht motiviert genug war oder ein ganz anderes Gesicht gezeigt hätte, als zum Beispiel im Spiel gegen Dortmund. Und es hatte, glaube ich, wirklich viel mit der Art und Weise zu tun, wie Union in Stuttgart aufgetreten ist. Wie schätzt du es ein? War Union für dich auch so der bislang schwerste Gegner, auf den der VfB in der Saison getroffen ist? Ja, fand ich schon. Also, weil man das Gefühl hatte, dass Union Berlin perfekt auf dem VfB oder auf die Spielweise des VfB eingestellt war. Sie haben es ja dann zum Beispiel auch geschafft, Silas komplett aus der Partie zu nehmen und das über die gesamte Spielzeit. Also, sie hat ja eigentlich kein Land gesehen und das war schon brutal. Und so gut hatte sich meiner Meinung nach auch noch niemand auf den VfB eingestellt. Und vielleicht müssen wir uns auch so ein Stück weit dran gewöhnen, weil ja, mittlerweile Platz sieben und nach dem 5-1 gegen Dortmund. Also, ich glaube, die wenigsten Gegner werden jetzt noch den Fehler machen und den VfB unterschätzen. Und das ist vielleicht auch so eine grundsätzliche Entwicklung, auf die man sich jetzt einstellen muss. Aber natürlich ist Union auch, Berlin auch ein Team, die das grundsätzlich machen. Du hast es ja angesprochen, dass Urs Fischer ein richtig guter Trainer ist und der wird denen genau gesagt haben, wie sein Team seiner Meinung nach dem VfB das Leben schwer machen kann. Das haben sie perfekt umgesetzt und ja, der Erfolg hat ihnen dann auch recht gegeben, zumindest 85 Minuten lang. Das stimmt. Also, dass Urs Fischer da sich die Stuttgarter regelmäßig angeschaut hat oder beziehungsweise in seinem Videostudium dann direkt vorm Spiel einiges an Minuten gesehen hat, das beweist für mich auch die Fünferkette, mit der er da in Stuttgart gespielt hat. Lenz und Trimmel, die beiden Außenverteidiger, sind nicht so weit nach vorne gerückt, wie man das sonst von ihnen gewohnt ist. Es war eher so, dass sie hinten geblieben sind und so nimmst du dem VfB natürlich schon mal die Möglichkeit, Tiefe zu generieren. Also, wenn du da wirklich eine relativ tief gestaffelte Fünferkette vorfindest, ja, dann wird es halt schwer für die schnellen Spieler, das Tempo richtig mit einzubringen. Und das war ja auch mit eines der größten Probleme für Silas in der Zweitligasaison, dass der mehr oder weniger gar nicht so richtig das Tempo aufnehmen konnte, was er ja hat, sondern er fand sich immer in so einer Situation wieder, dass er angespielt wurde und direkt schon eine Aufgabe erstmal vor sich hatte. Ein Gegenspieler und da hat er halt seine unzähligen Übersteiger gemacht und stand dann im Endeffekt immer noch genau da, wo er vorher stand und der Abwehrspieler auch und dann hat er halt irgendwie was anderes probiert, was manchmal funktioniert hat und manchmal nicht. Genau, die ganze Partie hat ja schon für mich auch so ein bisschen, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen gegenüber Union Berlin oder nicht gegenüber dem VfB, aber schon so ein bisschen so ein Zweitliga-Vibe, also VfB mit knapp 70 Prozent, mit gut 60 Prozent Ballbesitz und gegen einen tiefstehenden Gegner und hat es halt nie geschafft, wie gesehen gegen Frankfurt erster Halbzeit, gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, halt schnell über die Flügel spielen zu können, weil da stand halt jemand und wartete und das hat halt nicht funktioniert, genauso wenig wie es in der zweiten Liga funktioniert hat und deswegen, ja, hatte ich echt so leichtes Zweitliga-Revival-Feeling. Ja, das ging mir ähnlich, also. Was auch auffällig war, das hast du ja vorhin schon richtigerweise angesprochen, war einfach der große Raum zwischen Abwehr und Mittelfeld. Also Endo alleine schafft das nicht zu bewerkstelligen, so wie das sonst funktioniert mit Mangala. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass Förster oder Castro irgendwie die Aufgabe hatte, Mangala 1 zu 1 zu ersetzen, sondern es sah für mich so aus, als ob Kempf beziehungsweise Anton manchmal ein Stück nach vorne rücken soll, um Endo dann zu unterstützen, aber im Großen und Ganzen hast du eher im Achterraum einen Mittelfeldspieler dazugewonnen, sag ich jetzt mal, als dass du im Sechsterraum praktisch das Fehlen von Mangala kompensiert hast. Also das hat man schon gemerkt. Und was für mich wirklich eklatant auffällig war, waren die vielen Zweikämpfe, die Bateru Endo verloren hat. Er hat insgesamt 17 geführt und konnte nur 5 gewinnen. Also das ist, glaube ich, in der Saison sein schwächster Wert bislang. Und sein, wie gesagt, direkter Gegenspieler Griesbeck, der es richtig gut gemacht hat, führte 15 Zweikämpfe, natürlich nicht alle gegen Endo. Trotzdem kommt er halt auf 9 gewonnene Zweikämpfe. Und wenn man jetzt das Spiel sich nochmal so vom geistigen Auge Revue passieren lässt, dann spiegelt das eigentlich genau das wieder, was dem VfB dann vor allem in der ersten Halbzeit gefehlt hat. Nämlich dann die Bälle mal länger zu halten, beziehungsweise auch mal Bälle im Sechsterraum zu gewinnen. Dann eben die Pässe in den Achterraum, dann drehen da die Spieler auf und dann geht es halt einfach mit Tempo nach vorne. Also das hat ja nie so richtig funktioniert. Und zum einen lag das an Endo, der vielleicht nicht seinen besten Tag hatte. Aber auch hier würde ich sagen, muss man dann sagen, ja, hat der Griesbeck einfach richtig gut gespielt. Und Union hat vielleicht dann diese kleine Schwachstelle, die da kurz vor Spielbeginn entstanden ist, für sich dann gut nutzen können. Und gut, der VfB hatte darauf zumindest in der ersten Halbzeit keine Antwort. Wir haben letzte Woche nach dem Dortmund-Spiel, nee, das war ja Quatsch, letzte Woche, siehst du mal, wo ich schon wieder bin, wir haben ja erst am Montag aufgenommen. Das ist gefühlt schon eine Woche her, aber es war erst vor vier Tagen. Ja, weil als VfB-Fan altert man ja sowieso schneller, ist ja so wie mit Hundejahren. Also insofern fühlt sich das schon wieder an wie eine Woche. Aber wirklich. Also ich hatte heute, das kann ich mal ganz kurz erzählen, ich hatte heute so einen merkwürdigen Moment, als ich, ich glaube beim Rasenfunk, haben sie über das Spiel der Bremer gesprochen, gegen, das weiß ich aber gar nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Egal. Da dachte ich so, ja, wir haben ja auch letzten Monat so gefühlt, gegen Bremen gespielt. Das ist ja, also gerade mal eine gute Woche her. Also das fühlt sich aber schon an, als wäre es irgendwie noch vor Corona. Also das ist echt merkwürdig, wie schnell das dann in so einer englischen Woche geht. Gut, ich wollte eigentlich auf Mafropanus zu sprechen kommen. Da haben wir nach dem Dortmund-Spiel, oder ich habe nach dem Dortmund-Spiel gesagt, dass mir diese Risikobereitschaft für Mafropanus beim Spielaufbau gut gefällt. Ja, dass er dann vielleicht nicht jeden Pass anbringt, aber wenn er ankommt, dann ist der Ertrag sehr hoch. Dabei würde ich auch erstmal bleiben, aber nach dem Union-Spiel möchte ich es dann doch ein bisschen einschränken. Denn prinzipiell, das ist mir gerade in der Anfangsphase aufgefallen, finde ich es gut, dass er das Risiko sucht bei seinen Pässen, bei seinen auch langen Pässen. Aber ich glaube, bei einer gut gestaffelten Mannschaft, so wie jetzt gegen Union, sollte er nicht jeden Ball so longline shippen, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du, das ist einfach zu offensichtlich dann auch für den Gegner. Also du kannst ja mal das Ganze mit einer Verlagerung probieren oder dann eben mit einem Ball die Linie entlang oder so. Aber das passierte in der ersten Halbzeit mehrfach, dass Mafropanus einfach versucht hat, den Ball longline zu spielen und darauf haben sich die Union noch sehr, sehr gut eingestellt. Und so hat Mafropanus wirklich relativ viele Fehlpässe gespielt, die dann wiederum, und das ist das Gefährliche, also der Fehlpass an sich ist ja mal drin, ist auch okay, aber die Fehlpässe haben dann auch Konter eingeleitet, gerade in der ersten Halbzeit. Da wiederhole ich mich nochmal, weil für mich waren das schon zwei unterschiedliche Halbzeiten, aber da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf zu sprechen. Und ich glaube, hier muss er sich noch ein bisschen mehr dann auf seine Gegenspieler einstellen, sodass er da das Risiko zwar weiterhin in Kauf nimmt, aber es nicht übertreibt. Also sein Wert war jetzt hier auch keine Katastrophe, Passquote 74 Prozent ist für ihn okay. Für einen Halbverteidiger bist du auch gerne mal im 80er Bereich, aber da haben wir, wie gesagt, am Montag drüber gesprochen. Von seinen sieben langen Pässen kamen drei an, lasse ich mir auch noch gefallen, aber die vier, die nicht ankamen, die führten halt alle zu Kontern. Und das ist das Problem. Also da muss er irgendwie eine bessere Balance hinbekommen. Auch Förster möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Auch hier übrigens ist mir bei Twitter wieder aufgefallen, wie über Förster hergezogen wurde. Da fragt man sich halt auch, ey Leute, manchmal stimmt's bei euch nicht so richtig. Also ich spreche jetzt nicht jeden Twitter-User an oder so. Aber fällt dir das nicht auf, dass wenn du auf Twitter ein bisschen rumguckst während ein Spiel oder so, dass Förster da mehr oder weniger machen kann, was er will? Er wird immer kritisch gesehen? Oder bin ich da jetzt zu feinfühlig? Ich weiß nicht, wir machen es ja zum Teil auch, aber das ist ja aus meiner Sicht mittlerweile eher so ein Running-Gag halt. Und natürlich hat Philipp Förster jetzt gegen Union Berlin bei weitem nicht so gut gespielt wie zum Beispiel gegen Dortmund. Aber er war jetzt ja sicherlich keiner, der irgendwie negativ abgefallen ist. Also so ein paar Szenen, da denkt man sich auch, das ist halt nach wie vor, ich weiß nicht, einfach nicht gedankenschnell genug oder hat ein schlechtes Timing. Aber ich finde, er verpasst halt oft einfach die richtigen Momente, sei es vorne im Abschluss und sei es aber auch für die Zuspiele. Da fehlt ihm halt irgendwie das Gespür, einfach den Ball zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen. Und die Schnelligkeit, also im Kopf. Eigentlich nur im Kopf, weil wir haben ja gesehen, also ohne Ball ist er schnell, mit Ball ist er nicht schnell. Und ich glaube, das ist halt echt eher so, ja, Kopfsache. Also das ist mir wirklich schon ein paar Mal aufgefallen. Er ist der Spieler, der am längsten braucht, um Entscheidungen zu treffen. Also von den Offensivspielern jetzt. Und das killt dich natürlich, wenn dein Hauptaugenmerk sozusagen das Tempo ist. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass er zum Beispiel vom Einsatz abfällt, von seiner Passquote, von den Fehlpässen, sprich Ballverluste. Also das ist alles vergleichbar mit seinen Mitspielern. Und selbst das Tempo, dass er so auf den Platz aufnimmt, du hast es gerade eben schon gesagt, da wurde ihm ja auch immer unterstellt, er wäre zu langsam. Er hat es jetzt ein paar Mal bewiesen. Ist auch ein Spieler, der in den 33 kmh-Bereich vordringt. Natürlich gibt es da noch schnellere, aber dann bist du halt wirklich schon bei den Topsprintern der Liga. Also von daher, gut, hier in dem Spiel sage ich auch, ja, wie du schon erwähnt hast, die Abspielmomente und so, das hat nicht immer so richtig gepasst. Aber da könnte ich jetzt auch Castro nehmen. Zu dem kommen wir später. Da könnte ich auch noch andere Spieler kritisieren. Also wenn es natürlich mit diesem Augenzwinkern ist, finde ich es auch völlig okay. Also es ist ja gar keine Frage. Das ist ja dann wirklich nicht so gemeint, dass man den Spieler irgendwie nicht in der Mannschaft haben möchte. Aber auch hier, ja, es gibt halt, sag mal, solche Twitter-User, die das mit dem Augenzwinkern machen und solche, die es dann fast schon böse meinen. Und das kommt übrigens auch in der Union-Bubble an, ist mir aufgefallen. Darüber wurde nämlich im Textilvergehen ausführlich gesprochen, dass die sich wirklich gewundert haben, wie online mehr oder weniger über alles hergezogen wird, was nicht 100% passt. Also die haben sich da wirklich gewundert. Zuerst war es der Förster, dann war es der Schiedsrichter. Dann war es irgendwie Union, die Anti-Fußball spielen würden und so. Und ich fand es dann halt auch, als sie das so vorgelesen haben, fast schon ein bisschen peinlich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Haben Sie Namen genannt? Nein, Gott sei Dank nicht. Finde ich auch gut. Ja, ich finde es ja eigentlich schon gut. Aber sind wir doch mal ehrlich, das, was da gerade abgeht, ist doch mega geil, ja. Der VfB steigt auf, alle scheißen sich in die Hose, dass das Projekt Misslintat, nenne ich es jetzt einfach mal, komplett scheitert. Wir keine Tore schießen und hinten, ja, zu viele bekommen. Und jetzt merken wir auf einmal, nein, es geht genau in die andere Richtung. Also zum einen sind wir erfolgreich und zum anderen macht es auch noch Spaß. Also, wann war denn das mal der Fall? Unter Kurgut gab es mal so eine Phase, aber ganz ehrlich, da hat man sich ja fast schon gewünscht, dass der verliert, damit das Spiel wieder schöner wird. Aber gut, weißt du, was ich meine? Es ist jetzt einfach mal wieder, es entsteht was und dann gibt es dieses Megaspiel gegen Dortmund und beim darauffolgenden Spiel, da greifen die gleichen Automatismen, um mal dabei zu bleiben, in der Social-Media-Bubble, wie die ganzen Jahre zuvor. Vielleicht braucht das der VfB-Fan an sich, vielleicht muss er da wirklich immer sich auskotzen. Ich weiß es nicht, aber ich fand das so im Nachhinein echt ein bisschen blöd, als ich das von Außenstehenden dann so mitbekommen habe, wie das auf die normalen oder auf andere Fans wirkt. Normale Fans ist natürlich Quatsch. Gut, kommen wir zum 0 zu 1. Vierte Minute, Friedrich. Das fängt eigentlich damit an, dass Lute den Sebastian Andersson Gedächtnismove bringt und das Spiel so eröffnet, wie man es eigentlich von Union zu Sebastian Andersson-Zeiten gewohnt war. Sprich, er schlägt einen ganz langen Ball in die Spitze und Avony verlängert den dann mit dem Kopf Richtung Becker. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ich konnte es wirklich nicht so 100% erkennen, weil es echt schwer war. Es gab keine Zeitlupe davon. Es gab wirklich nur das eine Bewegtbild aus der Totalen. Das war aber relativ weit weg vom Spielgeschehen. Also es war echt schwer zu erkennen, aber wenn ich es richtig gesehen habe, streift der Ball über Antons Rücken. Und Anton muss meiner Meinung nach sich da besser positionieren und den Ball dann rausköpfen. Mafopanus kommt dann dazu und versucht den Ball wegzugrätschen. Jetzt muss ich glaube ich hier nochmal einsteigen, da habe ich Quatsch erzählt. Also ich habe jetzt gesagt, dass der Ball von Antons Rücken Antons Rücken streift. Da muss der Ball rausköpfen. Schlecht positioniert, genau. Mafopanus erkennt die Gefahr und versucht Richtung Ball zu rutschen, berührt dabei Becker. Und ich würde sagen, Freistoß geht klar. Gelb war mir ein bisschen drüber. Kannst du dich noch an die Szene erinnern? Fandst du es zu hart? Ich kann mich an die Szene tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass wir thematisiert haben, dass Mafopanus irgendwie immer zwischen er ist verletzt oder er holt sich eine gelbe Karte ab. Daran kann ich mich erinnern, aber ich habe tatsächlich die Szene auch jetzt mir nicht nochmal angeguckt. Macht nichts. Also ich bewerte sie dann für uns. Ja genau, ich gehe mit. Gelb ist... War zu hart, war viel zu hart, viel zu hart. Ja, ja, wirklich jetzt. Also ist halt scheiße, wenn dein Innenverteidiger nach vier Minuten schon gelb sieht. Das beeinflusst das Spiel. Und ja, also da... Ja, wir kommen nachher noch zum Schießrichter. Gut, dann nimmt sich Christopher Trimmel den Ball und wir haben es ja mehr oder weniger schon gewusst und sind damit auch keine Propheten. Das weiß eigentlich jeder, dass Trimmel einfach gute Freistöße schießen kann und so war es dann auch hier. Er löffelt den Ball an die Kante des Fünf-Meter-Raums. Endo ist eigentlich bei Marvin Friedrich. Das funktioniert normalerweise, weil Endo ja ein guter Kopfballspieler ist. Aber er geht nicht so richtig hoch zum Kopfball und dann köpft Friedrich das Ding rein. Ich habe mir hier zwei Fragen gestellt. Die erste ist, ich vermute mal, du hast das Tor dir nicht nochmal angeschaut. Da müsste ich jetzt... Aber ich habe es genau abgespeichert. Ich weiß nur, dass nämlich Kempf kurz vorher hochgeht und so eine... Er könnte vielleicht an den Ball kommen und springt aber ganz, ganz knapp unten durch. Und vielleicht hat das Endo so ein bisschen irritiert. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich hatte jetzt noch was anderes auf der Rechnung hier. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob Kobel ein bisschen zentraler auf der Linie positioniert sein müsste in der Situation. Wie gesagt, ich bin ja kein Torhüter und ich bin auch kein Torwarttrainer oder sowas. Aber ich habe mir so gesagt, Mensch, der steht da aber schon sehr, sehr nah am rechten Pfosten. Also wenn man sich die Situation nochmal vor das geistige Auge ruft, dann weiß man, was ich meine. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen zentraler stehen müsste. Aber ich möchte ihm jetzt hier keinen Vorwurf machen. Aber das ist mir aufgefallen. Und dann ist mir bei einer Kameraeinstellung, und zwar bei der von der Haupttribüne aus, aufgefallen, dass Friedrich seine Arme... Also, wie erklär ich das jetzt am besten? Man sieht ja, wenn man die Szene abspielt, dass Endo schon versucht, hochzuspringen, aber er kommt nicht hoch. Also du erkennst, wie er ansetzt und er kommt nicht hoch. Und du siehst jetzt kein klares Halten oder so, aber es gibt eine Einstellung, es gibt eine Kameraeinstellung, da sieht man schon, dass Friedrich so ein bisschen mit den Armen arbeitet. Und ich weiß nicht, ob er Endo am Arm festhält oder was ich meine, dass Endo halt nicht richtig hochkommt. Weil mich wundert es halt, dass Endo diese Bewegung macht, dass er nach oben möchte und einfach nicht hochkommt. Und er wird nicht irgendwie runtergedrückt, das siehst du alles nicht, oder er wird auch nicht irgendwie anderweitig daran gehindert, nach oben zu steigen. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja fast dann nur wirklich der Arm sein, beziehungsweise Friedrich, der Endo am Arm festhält. Und deswegen kommt er nicht hoch, weil das hat mich schon gewundert, dass Endo da so Probleme hat, in den Luftzweikampf zu kommen. Wobei Endo jetzt gegen Union Berlin auch von seinen zehn Luftzweikämpfen ganze drei gewonnen hat. Also es war echt nicht sein, sein bestes Spiel einfach. Das muss man so festhalten. Ja, so. Dann stand es eben 0 zu 1 und dann haben wir schon genau das Problem, dass wir ja, oder mit dem man einfach rechnen muss, wenn man gegen Union früh zurückliegt, nämlich sie verteidigen dann gut, man kommt nur schwer zu Chancen und auf der anderen Seite haben sie halt schnelle Spieler, die gut kontern können und da ging es mir dann schon kurz so, dass ich dachte, oh, oh, das könnte jetzt hier echt ein ekliger Abend werden. Wurde es ja über lange Strecke dann auch, aber am Ende wurde dann noch alles gut, möchte ich schon sagen. Der VfB hat es irgendwie nicht hinbekommen, gutes Pressing zu spielen. Union hat beim Aufbau meiner Meinung nach, also wenn sie von hinten raus aufgebaut haben, viel zu viel Platz gehabt und zu viel Zeit, da habe ich mir ein paar Mal die Frage gestellt, Mensch, warum attackiert ihr denn nicht rechtzeitig? Ja, also es gab dann auch mal eine Szene, da hat sich Friedrich den Ball geschnappt, ja, der Innenverteidiger und läuft einfach mal nach vorne. Ja, und erst 30 Meter vor dem Stuttgart-Tor wird er attackiert. Da denke ich mir halt, Mensch, also das hätte es gegen Dortmund zum Beispiel nicht gegeben. Also da wäre kein Innenverteidiger einfach mal so mit Ball am Fuß mehr oder weniger über den gesamten Platz gelaufen. Also das war schwierig mit anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war Borna Sosa dann auch nicht ganz auf der Höhe bei der Aktion, die ich jetzt hier beschrieben habe. Aber der hatte auch nicht seinen besten Tag. Gut, und insgesamt muss man wirklich sagen, wenig Struktur, kaum Ordnung im Stuttgarter Spielaufbau. Du hast einfach gemerkt, Mangala fehlt, die Dribblings von Mangala fehlen, also wie wichtig die sind, hat man jetzt hier wieder in dieser Partie gesehen. und ja, das führte dann dazu, dass der VfB lange Zeit erstmal nicht so richtig was auf die Kette bekommen hat. Union stört immer früh den Stuttgarter Spielaufbau, das haben wir vorhin schon mal kurz thematisiert. Auch hier muss man wieder sagen, halt Urs Fischer sich einfach mal angeschaut, wie baut der VfB auf, hinten mit seinen drei Innenverteidigern und Endo dann davor und hat dann Becker und Avony früh ab der, oder nicht früh, sondern ab der Mittellinie anlaufen lassen. Und manchmal hat sich Teuchert mit dazu geschaltet, also situativ ist der auch noch mit draufgegangen und es hat wirklich dazu geführt, dass der VfB eben nicht die Zeit hatte beziehungsweise auch also wirklich dann Probleme, manchmal technische Probleme hatte, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich sind das ja alles ja, gute technisch beschlagene Spieler, die wir da hinten in der Innenverteidigung haben, aber es hat nicht immer so richtig geklappt, wie wir das aus den letzten Spielen gewohnt sind. In der zwölften Minute hat der VfB dann die erste Chance durch Klimowitz, das war dann auch mal richtig gut gespielt, Anton spielt einen langen Ball raus auf Sosa, der hat dann viel Platz, sieht Klimowitz, der am Rand des 16ers sehr frei ist. Problem hier war meiner Meinung nach die Ballannahme, die Mitnahme und auch der Abschluss. Alles zusammen brauchte einen Ticken zu lang, ja, und deswegen war am Ende Klimowitz Schuss nicht platziert genug, lutte das Ding noch so, ja, nach vorne prallen und dann kommt noch Lenz kurz vor Gonzales an diesen Abpraller und kann den Ball klären, ansonsten wäre es vielleicht sogar noch möglich gewesen für Gonzales nochmal einen Abschluss hinzubekommen, aber das war so die erste Szene, mit der der VfB mal auffällig wurde und diese Klimowitz Chance leitete dann auch eine Phase einiger passabler Chancen ein, Mafropanus hat nach einer Ecke noch eine Möglichkeit gehabt, Sieders läuft einmal halbrechts auf Lute zu und kommt zum Abschluss, Förster bedient Gonzales im 16er und dessen Schuss geht dann leider Gottes ein Stück übers Tor, aber wirklich Druck, Sebastian, hat der VfB eigentlich nie richtig aufbauen können. Hat dich das überrascht oder hast du so ein Stück weit damit gerechnet, dass der VfB sich ausgerechnet natürlich nach so einem grandiosen Erfolg in Dortmund so schwer tut? Ne, ich war nicht überrascht, ich dachte allerdings nach diesen ersten zehn Minuten, in denen der VfB ja gar nicht stattgefunden hat, also da sind sie jetzt nicht von Union an die Wand gespielt worden, aber es kam ja einfach nicht viel und ich glaube, diese zehn Minuten haben sie wirklich gebraucht, um zu merken, okay, das ist nicht Dortmund, sondern das ist jetzt Neckarstadion und wir spielen nicht gegen einen Champions-League-Teilnehmer, der offensichtlich keinen Bock hat zu laufen, sondern wir spielen gegen Union Berlin, die sehr viel Bock haben zu laufen, die uns das Leben sehr, sehr schwer machen und wahrscheinlich hat man denen das auch wirklich vorher eingeimpft, es ist ein neues Spiel, es wird viel schwieriger, aber ja, ich glaube, das ist echt schwierig, aber sie haben es dann im eigenen Leib erlebt, liegen dann nach vier Minuten hinten und diese ersten zehn Minuten haben sie gebraucht, um sich zu akklimatisieren, und ja, danach zur Chance von Klimowitz dachte ich, okay, jetzt ist der VfB im Spiel, war er dann ja auch, hatte mir dann aber danach so ein bisschen mehr erwünscht, also ja, man war im Spiel, hat dann auch mitgespielt, aber so, ja, zwingend, so richtig zwingend wurde es nicht, man hat es halt nicht geschafft, richtig Druck aufzubauen, wie du schon gesagt hast, aber immerhin war man im Spiel, aber es hat halt zehn Minuten gedauert. Ja, dem Stuttgarter Spiel mangelte es dann weiterhin an Bewegung, so kannst du dann auch keine Räume öffnen, das hat man dann schon gemerkt, dass da die Unioner auch dazu beigetragen haben, dass die Stuttgarter sich nicht so bewegen konnten, wie man das vielleicht gegen andere Gegner schon konnte, aber man hatte einfach nicht diese Räume, also das hat man einfach gut gemacht, und in der 18. Minute steht Mafropanus dann mal wieder vor dem Problem, wohin eigentlich mit dem Ball, und das ist dann wieder so eine Situation gewesen, wie vorhin schon beschrieben, wo er das Risiko fast schon sucht, ja, und vielleicht vermeiden sollte, denn statt gleich Endo anzuspielen, überlegt er zu lange und verliert den Ball dann an Avonii, und Union leitet sofort den Konter ein, Bäckerschuss wird dann von Kobel noch geblockt, da haben wir Glück gehabt, es gab auch noch mal eine gute Chance für Teuchert, auch da hätten wir schon das 0 zu 2 fressen können, und ja, ich komme jetzt noch nicht zum Ende der ersten Halbzeit, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, wenn der VfB hier mit einem 0 zu 2 Rückstand in die Halbzeit geht, muss er sich nicht beschweren, dann ist leider so. Ja, sehe ich auch so. Kempf und Anton haben dann so ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel bekommen, haben mir dann über die gesamte Distanz auch ganz gut gefallen, haben häufiger gute, lange Bälle in die Halbräume gespielt, das hat mir wirklich gut gefallen, weil das auch noch mal eine zusätzliche Facette ist, und da haben wir ja schon am Montag drüber gesprochen, das ist halt so mit ein Schlüssel, dass du nicht ausreichenbar bist für Gegner, und diese langen, wirklich gut geschlagenen Bälle in die Halbräume, ja, das war dann schon ein gutes Mittel, man hat versucht, auch Union damit so ein bisschen zu locken, dass sie mal rausrücken, oder manchmal natürlich dann auch ein bisschen zentrumlastiger sich aufstellen, sodass dann vielleicht ein Sosa oder ein Silas über Außen kommen können, aber da haben sie nicht mitgemacht, auch hier wirklich sehr cleveres, taktisches Verhalten von Union Berlin, und nochmal ganz kurz zurück zu Kempf und Anton, also bei Anton muss man wirklich sagen, der hat eine richtig gute Partie gemacht, wir kommen nachher noch auf die allgemeinen Werte zu sprechen, aber was das Aufbauspiel angeht, 13 lange Pässe geschlagen, sieben davon kamen an, und der Vollständigkeit halber auch Kempf hat siebenmal versucht, den langen Pass an den Mann zu bringen, dreimal ist ihm das gelungen, aber wie gesagt, Anton hat da echt mehrere gute, lange Bälle gespielt, und das kann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit oder eine weitere Option sein gegen dann vielleicht gut gestaffelte und tiefstehende Gegner, also das fand ich schon gut. Jetzt kommen wir mal zu Gonzalo Castro, Sebastian, der nach seiner Gelbsperre zurückkam, und wir haben ja schon im Spiel, ja, so ein bisschen gefremdelt mit Castro, muss man sagen, es war nicht der Castro, der uns fast schon begeistert hat, über weite Strecken der bisher gespielten Saison, ihm fehlte die sonst eigentlich vorhandene Präzision, also er hat ja gegen Prömmel gespielt, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber man hat halt schon gemerkt, dass Castro irgendwie noch nicht so ganz in diese Partie reingefunden hat, also das hat er auch, glaube ich, über die gesamten 90 Minuten nicht geschafft, so richtig in die Partie zu finden. Ich sah ihn schon mal stärker als gegen Union Berlin, kann aber auch vielleicht daran liegen, dass er ja jetzt ein Spiel rausfährt und kehrt jetzt zurück und sieht dann ja doch auch das Mittelfeld etwas umstrukturiert, Mangala fehlt, wie schon angesprochen, Philipp Förster ist drin, das ist natürlich jetzt auch für ihn ein Umfeld, in das er zurückkehrt, das er nicht verlassen hat, also er muss sich natürlich auch wieder auf neue Mitspieler dann einstellen, auf einen Gegner, den es in der Saison so noch nicht gab, also insofern sehe ich ihm das gerne nach, aber die Qualitäten, die Gonzalo Castro in dieser Saison neu entdeckt zu haben schienen, also dieses Aufdrehen und dass er den Ball halt wirklich dann aus der eigenen Hälfte bis irgendwie 20 Meter vors gegnerische Tor trägt und das relativ schnell, das haben wir von ihm halt überhaupt gar nicht gesehen und das hat dem Spiel auch gefehlt und auch das kann man vielleicht ein Stück weit mit dem fehlen Mangalas erklären, aber ich glaube auch Castro hatte halt auch nicht seinen besten Tag und wurde halt ja auch gut abgedeckt von seinem Gegenspieler. Genau, Brömmel hat das gut gemacht, habe ich ja vorhin schon gesagt und was auffällig war, Castro hat nicht einen Schlüsselpass gespielt, also das ist ja normal auch mit eine Stärke, die er einfach in der Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, seine Passquote insgesamt lag bei 60 Prozent, auch nicht berauschend und er hatte halt viel zu viele Ballverluste, insgesamt 23, das waren die meisten aller Spieler und das hat halt einfach dein Angriffsspiel so ein Stück weit gekillt, wenn der Spieler, der sonst wirklich der Initiator war vieler Angriffe, ständig den Ball verliert, dann hast du natürlich Probleme, dann wirklich in die Tiefe zu kommen und grundsätzlich einfach mal zu Abschlussmöglichkeiten zu kommen. Ja, auch Förster, da haben wir vorhin schon drüber geredet, möchte ich auch noch kurz erwähnen, wirkte etwas überfordert, gerade in dieser Achterposition, das hat nicht so richtig funktioniert, hat auch nicht so viele Zweikämpfe gewonnen, insgesamt nur 25 Prozent, aber er hat auch nur vier geführt, also von daher ist es jetzt, muss man halt sagen, er hat nur einen seiner vier Zweikämpfe gewonnen. Ja, so kann man genau, er hat nur einen Zweikampf verloren. Einen gewonnen, super. Naja, drei verloren, einen gewonnen, so. Achso, sorry, nicht super, ja, krass, ja. Ich habe mich, glaube ich, vorhin falsch ausgedrückt, also er hat vier insgesamt geführt und konnte nur einen gewinnen und so hat man so auch, glaube ich, gespürt von außen, also ich kann mich jetzt an keine großen Duelle des Philipp Försters erinnern, also, ja, das war nicht seine Stärke, die Zweikampfführung und in der 41. Minute haben wir wieder Glück gehabt, muss ich sagen, da gab es eine Chance für, ich meine, Becker war es, Endo wird von Kempf angespielt und dreht sich auf, da versucht Endo mal wieder was. Er macht das ja häufig, ja, dass er dann nach vorne geht und dann auch das Dribbling sucht, auch die 1-zu-1-Situation sucht, normal löst er immer das ganz gut. Hier dachte ich mir so, Mensch, wäre vielleicht auch besser gewesen, sich nochmal umzudrehen und nach hinten zu spielen, denn ich glaube, auch hier wurden die Unioner super eingestellt, sie sehen halt, Endo dreht auf, also geht sofort ein Unioner auf Endo drauf und zwar sehr konsequent, also nicht so, wie wir das sonst immer gesehen haben, dass man erstmal versucht, ihn zu stellen und dann, ja, sondern da sofort radikal drauf attackiert und so gewinnt Union dann auch den Ball und dann gibt es eine 3-gegen-3-Situation, Kämpfgrätsch, Prömmel den Ball ab und trifft Gott sei Dank zuerst den Ball und dann Prömmel, denn da gab es ja kurz mal die Diskussion, ob das vielleicht Elfmeter war, die Situation läuft dann noch weiter, der Ball landet bei Becker, der eigentlich aus guter Position zumindest den Ball aufs Tor bringen muss und, ja, Gott sei Dank verzieht, aber das war eine Mega-Möglichkeit. Ja. Ich denke mal, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind da gut bedient gewesen mit dem 0-1 zur Halbzeit. Ende der ersten Halbzeit ist mir auch noch aufgefallen, dass der VfB viel zu schnell die Bälle verliert, auch das, also ich wusste gar nicht mehr, was da los ist dann, also ich habe mir das Spiel gestern nochmal angeguckt und dachte dann so, Mensch, als wir das Fanradio aufgenommen haben, ist mir das nicht so extrem aufgefallen, aber als ich es dann gestern nochmal so separat gesehen habe, dachte ich, mein Gott, diese Ballverluste da gegen Ende der ersten Halbzeit, habe ich schon mal ganz kurz darüber nachgedacht, ob das was mit der Frische zu tun haben könnte, dass die wirklich ein bisschen müde sind, aber nach 45 Minuten kann es eigentlich fast nicht sein, also ich meine, das würde mich wundern, das Spieltempo war ja jetzt auch nicht mega hoch oder so und ich glaube einfach, dass sie da Probleme hatten und mit sich selber so ein bisschen auch vielleicht unzufrieden waren, dass man gegen Union so gar nichts ausrichten kann und das hast du in so vielen Situationen gemerkt, also Union hat dich so genervt, wie wir es prognostiziert haben, die haben die zweiten Bälle gewonnen und das zieht dich dann glaube ich schon mal ein bisschen runter, muss man sagen. Matarazzo hat dann die richtigen Rückschlüsse gezogen, meiner Meinung nach, er hat nämlich Klimovitz und Sosa draußen gelassen, die Davi und Koulibaly reingebracht und das brachte dann auch direkt mal in der vordersten Linie Unordnung ins Spiel und da erinnere ich mich noch an eine Ausführung über Koulibaly, die ich glaube ich, ja ich mal rausgehauen habe und zwar habe ich gesagt, das ist ein Chaos-Spieler, der sorgt eigentlich immer für Verwirrung in der gegnerischen Abwehr und das hast du hier auch wieder gemerkt, dass der einfach von seiner ganzen Art oder beziehungsweise nicht nur er, sondern die komplette Stuttgarter Offensive unausrechenbarer werden, wenn dann Koulibaly, ein Sosa, ein Gonzales und die Davi vorne rum turnen, also da weißt du halt wirklich nie, wer eigentlich gerade welche Position begleitet, weil alle von mir genannten können theoretisch in den Sturm gehen und alle von den genannten können eine Außenposition einnehmen und das haben sie dann auch oft gemacht und damit hat Union dann wirklich Probleme gehabt und der VfB wurde stärker. Also das hat mir dann wieder gut gefallen, dass der Trainer das erkannt hat und richtig gewechselt hat, die richtigen taktischen Vorgaben gemacht hat und vor allem, dass auch die Mannschaft, das hast du ja richtig gespürt, die Mannschaft dann immer selbstbewusster wurde. Also du hast auf einmal gemerkt, okay, die glauben jetzt schon noch daran, dass was gehen kann und dann gab es ja auch gleich eine mega Möglichkeit in der 48. Minute, Gonzales macht mit einem Einwurf das Spiel schnell, über Koulibaly landet der Ball bei die Davi und Gonzales zieht dann vom linken Flügel ohne Ball Richtung Strafraum, macht es gut und dann gibt es von die Davi so einen gechippten Ball über drei Unioner in den Strafraum. Genial, also das ist wirklich hohe Kunst, toller Fußball, Gonzales versucht es mit einem Seitfallzieher, der Ball geht an die Latte, Sebastian, wäre das das Tor des Jahres geworden? Für mich auf jeden Fall, das war also ein sensationeller Abschluss, leider nicht im Tor und auch, ja du hast gesagt, die Vorlage von die Davi, die war auch richtig gut und ich finde auch vor allen Dingen, die Davi hat dem Spiel geholfen, weil er wirklich dann mit klugen Pässen, mit präzisen Pässen dem Spiel was gegeben hat, was im VfB-Repertoire in der ersten Halbzeit nicht vorhanden war und das hat sichtlich gegen Union Berlin geholfen und er hat ja quasi auch erst Gonzales ins Spiel gebracht, wir haben in der ersten Halbzeit von ihm gar nichts gesehen und eigentlich erst durch die Bälle von die Davi kam er halt so richtig ins Spiel rein und das war eine gute Einwechslung. Ja, muss man so sagen und in der 51. Minute gab es gleich die nächste Chance für Gonzales, diesmal war Koulibaly beteiligt, der fängt wirklich tief in der eigenen Hälfte den Ball ab, auch hier kann man wieder sagen, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, Koulibaly in der Defensive nicht so der stärkste Rückhalt, wir haben nach dem Hoffenheim-Spiel Stenzel fast schon in Schutz genommen, dafür, dass Koulibaly überhaupt keine Hilfe ist auf der rechten Seite, das hat er jetzt definitiv besser gemacht im Spiel gegen Union, holt sich wie gesagt tief in der eigenen Hälfte den Ball, spielt ihn dann weiter auf Silas, der dann wirklich mit viel Tempo durchs Zentrum pflügt, muss man sagen, da traut man sich glaube ich dann auch gar nicht mehr, sich Silas in den Weg zu stellen, wenn der mal Tempo aufgenommen hat, das ist ja wirklich wie so eine Dampflok, die da auf einmal durchpflügt und dann siehst du halt, wie auch wieder, das muss man sich nochmal angucken, also vielleicht bin ich da auch ein zu großer Nerd in der Hinsicht, aber guckt euch die Zähne in der 51. Minute nochmal an, wie Koulibaly und Gonzales versuchen, die Unioner Dreierkette, die es in dem Fall noch ist, auseinanderzuziehen und das funktioniert nicht, die bleiben einfach so positioniert, wie das wahrscheinlich vorgegeben wurde von Urs Fischer und der VfB schafft es dann nicht, die Räume zu öffnen für Silas, weil das war so ein typischer Angriff, dass dann halt, ja, was weiß ich, auf der rechten oder auf der linken Seite sich ein Halbverteidiger nach außen ziehen lässt und da geht dann Silas rein oder der andere Flügelspieler des VfB stößt dann, indem er so quer einmal über einen 16er läuft, sage ich jetzt mal, in diesen freien Raum rein und dann gibt es einen Steckpass oder von mir ist auch mal ein gechippten Ball, nee, das machen die nicht mit, die laufen einfach konsequent zurück zur Linie, decken das Tor ab, machen das wirklich richtig, richtig stark, trotzdem trifft Silas die richtige Entscheidung, spielt auf Koulibaly, der spielt den Ball dann von der rechten Strafraumkante mit Schnitt auf den ersten Pfosten und Gonzales setzt sich da wirklich richtig stark gegen Friedrich durch, sein Kopfball geht knapp am rechten Pfosten vorbei, aber von Gonzales, wie gesagt, richtig, richtig stark gemacht und auch hier kann ich noch einen statistischen Wert mitliefern, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Gonzales ist für einen Offensivspieler ein richtig guter Zweikämpfer, hat 13 Zweikämpfe geführt, 8 gewonnen, natürlich hat er da schon bessere Werte gehabt, aber ich finde das weiterhin für einen Stürmer, für einen offensiven Spieler ein richtig guter Wert zu basteln. Ja, er haut sich da voll rein und er ist mittlerweile, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, auch kopfballstark geworden und die Serie ist da auch wieder Beleg dafür, was man ihm gar nicht so zutraut, aber ja, wenn er in der Nähe des gegnerischen Tores den Ball auf den Kopf serviert bekommt, ist die Chance jetzt nicht so klein, dass der Ball auch aufs Tor geht und das gegen kopfballstarke Innenverteidiger, also das ist schon klasse, was er da vorne abzieht. Ja, und Di Davi, du hast ihn vorhin schon angesprochen, sorgt dann weiterhin auch mit seinen Pässen und mit den Flanken für Gefahr, nicht immer gab es dann direkt eine Torchance oder so, aber du hast gemerkt, ja, jetzt fehlt vielleicht nur noch ein Pass und davor warst du halt schon froh, wenn du mal im gegnerischen Drittel warst und du hast einfach gemerkt, von Di Davi geht mehr Gefahr aus und er hat auch zwei Schlüsselpässe gespielt, hat eine Großchance rausgespielt, ich habe da mal geguckt, wie viele Ballaktionen der hatte, weil er doch sehr präsent war in der zweiten Halbzeit, Sebastian, jetzt halte ich fest, der hatte nur 25 Ballaktionen, Echt? Ja, und ich dachte dann so, gefühlt ging von der Hälfte der Aktionen Gefahr aus, also sehr, sehr konsequent in seinem, oder effizient ist besser, sehr effizient in seinem Handeln, Daniel Di Davi in dem Fall. Auf jeden Fall. Ja, 64. Minute, nächste Chance für den VfB und zum ersten Mal, so gefühlt, also natürlich gab es vorher auch mal Pressingsituationen, die der VfB gut gelöst hat, aber so richtig gut hat es in der 64. Minute funktioniert das Pressing des VfB. Koulibaly, Gonsardus und Castro stressen Lute, Friedrich und Knoche und das eigentlich Verwunderliche war, dass Union ein paar Mal beim Spielaufbau, also in der letzten, in der ersten Reihe der Union sozusagen, in der Abwehrreihe, mehrfach riskant gespielt hat und trotzdem hat der VfB nicht so gut gepresst, wie wir das zum Beispiel eben gegen den BVB gesehen haben. Ja, und diesmal machen sie es, der Fehler entsteht, Koulibaly stört Knoche bei der Ballannahme, so landet der Ball dann bei Castro, ja, und über Förster landet der Ball erneut bei Castro, also es gibt diesen Doppelpass und dann versucht Castro den Abschluss, der wird zunächst von Friedrich geblockt und der zweite Ball kommt dann auf den Kasten, also Castro eroberte den zweiten Ball, schließt dann, glaube ich, direkt ab und wir haben dann, wir haben dann, glaube ich, gebrüllt beim Fanradio, weil wir dachten, der geht auf jeden Fall rein und Knoche klärt dann aber noch kurz vor der Linie, aber was viel stärker war, war, dass Lute noch an den Ball reingekommen ist, das ist mir gar nicht aufgefallen beim Live gucken, also Lute lenkt den Ball noch ab, das macht den Ball zum einen langsamer, ja, das ist das eine und zum anderen, ja, verändert er natürlich dann so die Richtung, dass Knoche überhaupt noch rankommen kann und da muss man echt sagen, Lute, Hut ab, das war eine starke Parade in dem Moment. Genau, aber das war auch so der Zeitpunkt, wo man dann dachte, okay, da geht noch was eigentlich, also aus VfB-Sicht, jetzt ist der VfB endlich dran und drückt und erarbeitet sich auch hochkarätige Chancen und da geht auf jeden Fall noch was und dann sollten wir ja, ja, dann kommt Aboni. drei Minuten später enttäuscht werden. Genau, in der 77. kommt Aboni und das ist ein Tor, das kotzt mich wahnsinnig an, weil das war so, ja, das war so oft vermeidbar, das war so ein richtiges Arschloch-Tor, muss ich sagen und also wenn ich als VfB-Analyst, ja, der Mannschaft dann immer wieder eine Szene vorführen müsste, wo man sieht, was man mit Einsatz und frische Konzentration also verhindern kann, dann wäre es dieses Tor. Also es geht damit los, dass Koulibaly im Halbraum einen Ball verliert, aber deshalb, weil er überhaupt keine Unterstützung seiner Mitspieler bekommt. Also er hat kaum eine Anspielstation, es kommen drei Unioner auf ihn zu, einfach schwer zu lösen in dem Moment für Koulibaly. Castro versucht dann zwar halbherzig den von den Unionern eroberten Ball zurückzuklauen, aber wie gesagt, sehr halbherzig, dann reklamiert er noch Einwurf, wo ich mir denke, spiel doch endlich weiter, Mann. Was, dieses Einwurf reklamieren, wenn der Ball einfach noch beim Gegner ist, verstehe ich in dem Moment nicht. Du siehst, die setzen zum Konter an und Castro hebt den Arm und sagt, es war doch gerade Einwurf. Da kann man ja nachher drüber diskutieren oder von mir aus dann auf dem VRR hoffen, aber du musst einfach weiterspielen in dem Moment. Ja, und Rajasson, der ja vorher eingewechselt wurde, spielt, wie gesagt, einfach weiter, leitet den Angriff ein über Brömmel, Avony und Bülter kommt der Ball zu Lenz und jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Es gibt dann an der Eckfahne eine Situation, Bülter hat den Ball und Anton guckt sich das an. Da habe ich mir auch gedacht, wenn Anton Bülter in dem Moment wenigstens entschlossener anläuft, könnte es vielleicht sein, dass Bülter den Ball eben nicht so gut zu Lenz bringt, wie es dann gekommen ist. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Wie gesagt, dann kommt der Ball zu Lenz. Castro hat es dann in der Zwischenzeit auch mal in die Situation zurückgeschafft, muss auch hier deutlich konsequenter das Flanken verhindern. Also auch da wieder Castro... Ja, trabten halt nur an. Ja. Dann kann man es auch lassen. Ja, das ist halt so ein bisschen Ali-Mäßig. Ich gehe da mal hin, aber eigentlich versuche ich gar nicht wirklich, dem an irgendwas zu hindern und das war zu wenig. Ja, ich kenne das anders. Ich erkläre mir das so, du hast es gut beschrieben, eigentlich war der VfB absolut am Drücker. Also du hast gemerkt, die haben jetzt ihre Chancen, man baut Druck auf, das Tor wird schon irgendwie fallen und dann auf einmal wirkte es so, als ob es zum Beispiel jetzt für Castro eher lästig ist, diese Defensivarbeit, die natürlich auch mal wehtut, zu verrichten und so wirkte diese Szene, nicht nur von Castro, auch von Anton, auch... Nee, nee, genau, das ganze Defensivverhalten in der Situation, ja. Genau, und dann, der bestraft das Union natürlich, die Zuordnung im Strafraum passt nicht, Avoni löst sich dann von Endo, zeigt Lenz an, hier möchte ich den Ball haben, hier soll er hinkommen, also auch da hätte vielleicht Kempf noch irgendwie rufen können oder so, also er muss das ja sehen, dass das im Rücken von Endo Lenz, Quatsch, Avoni plötzlich sich löst, also auch da, das passiert eigentlich ganz selten in der Saison, dass der VfB so dumm die Gegentore bekommt, Stenzel verschätzt sich dann, der Ball segelt über seinen Kopf, okay, da kann man jetzt natürlich auch noch Stenzel für kritisieren, aber eigentlich sind schon so viele Fehler passiert, dass ich mit dem Fehler dann noch am ehesten leben kann, Avoni kommt dann im Strafraum frei zum Kopfball und legt den Ball ins lange Eck und ja, das wie gesagt war ein Tor, das mit fehlender Konzentration und Frische zu erklären ist, ärgerlich, hat mich wirklich wahnsinnig geärgert, als ich das Tor noch mal gesehen habe, auch wenn ich wusste, dass das Spiel noch halbwegs gut ausgeht für den VfB, aber du kannst nicht solche Gegentore dir fangen, das geht nicht, also schwierig. Nee, vor allem, weil es ja noch ein echter Showstopper war, also du bist ja am Drücker und dann kriegst du das 0-2 und eigentlich ist das Ding damit erledigt, also du hast noch 13 Minuten oder vielleicht 15 und musst noch zwei Tore schießen und das klappt halt in den wenigsten Fällen, vor allen Dingen halt gegen einen Gegner, der so kompakt steht wie Union Berlin und eigentlich war es das, aber ja, 2020 ist irgendwie alles möglich und der VfB spielt ja auch nicht wie ein normaler VfB. Ja, das ist eigentlich das Coole gewesen, dass Materazzo sich gedacht hat, nö, das war es noch gar nicht, jetzt bringe ich erstmal die Jungs, die so richtig Schwung in die Partie bringen können, Kalajic und Klement kamen für Förster und Kempf und hat natürlich auch mal ganz kurz so überlegt, okay, was wird jetzt eigentlich, also wie verteidigen wir das, aber es war ja wieder genau der richtige Move von Materazzo, diesen Mut zu beweisen und da muss ich einfach sagen, ja, ich meine, vielleicht hat er Glück gehabt, dass das jetzt hier aufging, aber trotzdem, mit solchen Aktionen gewinnst du die Mannschaft für dich, also nicht, dass er das jetzt musste, weil die, glaube ich, eh schon überzeugt sind vom Trainer, aber weißt du, wie ich meine damit, zeigt er der Mannschaft, hey, meine Entscheidungen, haben Hand und Fuß und wenn ihr euch an meine Entscheidungen haltet, wenn ihr das umsetzt, was ich euch sage, dann werden wir zumindest eine erfolgreiche Saison spielen, keine Ahnung, ob das dann Platz sieben, vierzehn oder zehn ist, ist ja auch mal wurscht zum jetzigen Zeitpunkt, aber für die Mannschaft, für den Trainer, für dieses Zusammenspiel sind solche Einwechslungen und solche Comebacks, glaube ich, enorm wichtig und stärken natürlich nochmal das Selbstvertrauen, man hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass Union einen Gang zurückgeschalten hat, vielleicht waren sie auch ein bisschen müde, hatten das hartes Spiel gegen die Bayern, dann die Anreise nach Stuttgart, auch da muss man ja sagen, es gab so einen Nieselregen, der Platz war dann tief und natürlich ist das Spiel, wie Union halt dann auftritt, auch relativ kräftezehrend und ich kann mir schon vorstellen, dass denen irgendwie dann so ein bisschen, weißt du, denkst du wahrscheinlich auch, es steht 2-0, das war es jetzt hier. Naja, eigentlich bist du durch, also so wie wir denken, das Spiel ist durch, denken die das natürlich auch und ich wollte nochmal kurz zurückkommen auf Abaterrazzo, ich finde es halt toll, dass er diesen Mut, den er halt auf dem Platz fordert, aber auch belohnt, dass er sagt, er wird ja Leuten wie Koulibaly sagen, geh ins Dribbling, auch wenn du den Ball verlierst, weil sonst würde es Koulibaly ja nicht die ganze Zeit machen, dass er diesen Mut dann auch in seinen Wechseln lebt und dann wirklich einen Mittelstürmer für einen Innenverteidiger bringt und dann auch sagt, okay, mir ist eigentlich egal, ob wir jetzt 0-2 oder 0-3 verlieren, aber hey, wir haben auch eine Chance, das Ding irgendwie rumzureißen und dann wechsle ich jetzt auch mal so auf die Gefahr hin, dass wir noch einen bekommen in einem Konter, aber keine Innenverteidigung mehr so wirklich haben, und er macht es halt und damit, klar, gewinnt er die Mannschaft und damit gewinnt er auch ein Stück weit die Fans, weil wir hatten in der Vergangenheit ja auch oftmals Trainer, die bei einem Stand von 0-2 in der 80. Minute vielleicht dann nochmal positionsgetreu oder sogar defensiv gewechselt hätten, um das Ergebnis zu halten, dass man bloß kein Drittes mehr bekommt und dann gesagt hätten, okay, das Spiel ist durch, am nächsten Spieltag geht es weiter halt und das macht er nicht und das ist ja genau das, was er der Mannschaft auch predigt und wie der VfB diese Saison halt wirklich antritt, nämlich mutig und genau so hat er gewechselt und das passte und das fand ich natürlich auch gut. Klar, in diesem Fall hat es jetzt funktioniert, aber auch selbst, wenn man das 0-3 bekommen hätte, finde ich diese Herangehensweise klasse. Ja, im Nachhinein gebe ich dir recht, in dem Moment habe ich glaube ich gesagt, Mensch, vielleicht wäre es jetzt okay, wenn wir dem einen oder anderen ein paar Minuten früher vom Platz nehmen, um schon Kräfte zu schonen. Das ist halt so diese Denkweise, die man einfach sich angeeignet hat über viele Jahre Fußballfälle. Also da war halt klar, wenn du nach 80. Minute oder nach 77 Minuten 2-0 zurückliegst, 0-2 zurückliegst, dann war es das in der Regel. Klar, und du brauchst, nachdem du halt in Dortmund drei Punkte geholt hast, brauchst du den Punkt jetzt und gegen Union Berlin ja nicht auf biegen und brechen. Du könntest es eigentlich dann nach 80 Minuten auch abschenken eigentlich. Aber er macht es nicht. Und es war eine gute Entscheidung. Mal wieder. Genau. Und du hast es super zusammengefasst, wenn du den Mut vorlebst, den du von deiner Mannschaft forderst, dann macht das natürlich auch nochmal was aus. Und das hat man hier wieder sehen können. Anton hat in der Schussphase dann richtig viel angetrieben, war sehr emsig. Auch hier ein paar Daten, 94 Ballaktionen. Das sind die meisten aller Spieler. Er spielte die meisten Pässe aller Spieler. Mit 80 brachte die meisten Pässe an den Mann. Mit 66 führte insgesamt acht Zweikämpfe, gewann davon sieben. Also Anton war schon eine ganz wichtige Komponente hier in dem Spiel. Natürlich sah es lange Zeit danach aus, dass der VfB hier leer ausgeht, aber gerade auch in der Schlussphase waren es immer wieder Antons Pässe und natürlich dann auch einfach dieses Antreiben von hinten, das dazu führte, dass der VfB überhaupt in die Situation kam, sich zum Beispiel wie dann in der 85. Minute in Eckball zu erarbeiten. Da war es dann so, dass Trimmel eine lang geschlagene Castro-Flanke meiner Meinung nach unnötig ins Tor ausgeklärt hat. Also er hat relativ viel Platz gehabt, hätte den Ball vielleicht auch in Seiten ausspielen können oder einfach nach vorne schlagen können. Er hat sich dann für die Safety-Variante entschieden und wie gesagt, den Ball ins Tor ausgeklärt. Dann gibt es den Eckball von links, getreten von Klement. Und wir wissen, wenn Klement in den Eckball tritt, wird es meistens gefährlich und Kalajic setzt sich da mega stark gegen Knoche durch und macht das 1 zu 2. Ich sage nur Leverkusen, ne? Ja. War es genauso. Absolut richtig. Und auch da war Koulibaly im Vorfeld daran beteiligt. Ach halt, ne Quatsch, die Flanke kam ja von Castro. Ich bin ein bisschen verliebt in Koulibaly, muss ich sagen. Aber in welchen Spieler bin ich aktuell nicht verliebt? Ich wollte gerade sagen, also muss ich langsam mal Prioritäten setzen. Ich glaube auch, ich komme so langsam in Erklärungsnöte. Gut, also steht 1 zu 2. Ich habe da nicht damit gerechnet, dass der VfB jetzt noch das 2 zu 2 macht, aber ich habe es jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Also kann natürlich immer mal funktionieren, aber irgendwie habe ich so für mich das Spiel, wie gesagt, nach dem 0 zu 2 habe ich das Spiel abgehakt und selbst nach dem 1 zu 2 habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der VfB nochmal zurückkommt. Tja, der VfB selber hat aber alles dafür getan, um nochmal spät zurückzuschlagen. Endo und Anton bauen von hinten auf. Der Ball kommt zu die Davi auf den linken Flügel. Gogia, muss man sagen, verteidigt hier richtig schlecht gegen die Davi. Lässt den langen Ball in den Strafraum schlagen. Du kannst auch sagen, wenn Gogia da einfach ein bisschen aggressiver anläuft, kann die Davi sich nicht so viel Zeit nehmen, um wirklich diesen perfekten Ball zu schlagen. Es ist ja wirklich genial, wie das Ding darunter fällt. Und ja, in Zentrum verschätzt sich Knoche, das ist mein Eindruck. Es wurde später ja noch gecheckt, ob Kalajic so ein bisschen Knoche weggeschoben hat, aber ich glaube, Knoche hat sich echt ein bisschen verschätzt, aber der Ball war auch so gut geschlagen, dass es gar kein großer Vorwurf jetzt ist in Richtung Robin Knoche. Und dann kommt halt Kalajic, der den Ball aus meiner Sicht Champions League niveaumäßig annimmt. Also technisch gesehen war das perfekt. Mit der Brust runtergenommen, mit links abgeschlossen, bam, 2-2. Platziert, besser geht's gar nicht. Das war hervorragend. Und dann gibt's halt den Check des VAR. Ja, man muss sagen, Stegemann pfeift das Tor ab, oder? Stegemann pfeift an, äh, ab. Also er gibt das Tor einfach erstmal nicht. Also er pfeift abwägen, vermutlich Handspiel. Er hat, er hat auf Handspiel entschieden, das wurde dann gecheckt, äh, in Köln. Die haben dann gesagt, Hand war's nicht, vielleicht war's faul. Und es, also ich weiß nicht, ob das ein Minischubser ist, aber das war eigentlich, es war auf jeden Fall, es gab Körperkontakt, aber mehr auch nicht, ne? Genau, es gab Körperkontakt und mehr nicht. Und da hat man halt sehr lange gebraucht, um diese Szene dann für sich zu bewerten. Und, ähm, es hat echt lang gedauert, ein Stegemann, der ja auch nur aufs Ergebnis sozusagen wartet, macht da trotzdem keine gute Figur. Ich fand sowieso über, äh, die gesamten 90 Minuten die Spielleitung und so, es ist, äh, ist einfach für mich jetzt kein klassischer Bundesligaschiedsrichter von seinem Auftreten und so. Was ihm fehlt da so ein bisschen die Autorität, äh, das Händchen, ähm, ähm, das, der wirkt immer wie so ein Schuljunge auf dem Platz. Ja, es war, es ist kein, nicht souverän geleitet einfach, ne? Auch genau in dieser Szene, die zwei Minuten 30, da musste dann vielleicht auch so ein, so ein, äh, in der du das, ähm, auf das Ergebnis des VAR wartest, musst du dann vielleicht auch so ein bisschen Entertainer sein und manche machen das ja wirklich deutlich besser, ne? Und sagen den, den Spielern, hey, es wird gecheckt und jetzt wartet mal ab und hier und da und, äh, er steht da halt irgendwie stoisch und, äh, ich stelle mir vor, das Stadion wäre voll gewesen, ja, das wäre dann ja zu einem gellenden Pfeif-Konzert gekommen. Äh, und ich kann verstehen, dass er, also ich kann tatsächlich verstehen, dass er es abpfeift, weil ich finde, das Problem war so ein bisschen, dass Kalajcic den Ball halt komplett sauber mit der Brust annimmt, aber dabei ja beide oder nur einen Arm hochnimmt und im Moment der Ballannahme der Oberarm genau auf der Höhe des Balles ist und wenn du halt einen komischen Winkel hast, dann sieht das wirklich aus wie ein Handspiel, aber das, ähm, die Zeitlupe und das Videobild zeigen ja wirklich sofort, dass es kein Handspiel ist, weil er den Ball sauber auf die Brust bekommt und da 0% Arm dabei ist und dass es kein Foul ist, kann man dann auch relativ schnell sehen und was dann da wirklich zwei Minuten 30 dauert, das habe ich echt nicht nachvollziehen können. Ist einfach zu lang, also das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt, dass der VAR wirklich so ewig brauchte, um eine Entscheidung zu treffen und, ähm, ich hoffe, das war jetzt nur mal ein Ausrutscher und in Zukunft sehen wir wieder, weiß ich nicht, 60 oder 90 Sekunden VAR-Überprüfungen, das sollte dann auch reichen. Aber Sebastian, das Spiel war noch nicht zu Ende mit diesem 2 zu 2, denn direkt nach Anpfiff, also nach dem Kalajcic-Tor schaltet Union in den Angriffsmodus. Es gibt einen langen Ball auf den linken Flügel und hier passt schon wieder die Schöder-Zuordnung nicht, wobei hier kann ich es noch nachvollziehen, du machst gerade eben das 2 zu 2 in der Nachspielzeit, ähm, natürlich kann man jetzt von einem Bundesliga-Profi erwarten, dass er dann auch wieder on point auf dem Platz ist und alles mitverteidigt und versucht einfach hier diesen Punkt noch zu retten, aber dass es da mal so eine kurze Phase gibt, wo du vielleicht unkonzentriert bist und fast schon euphorisiert dann vielleicht gedanklich das Spiel schon beendet hast, kann ich für mich persönlich, ähm, kann ich das den Spielern durchgehen lassen, ja, aber Castro kommt bei der Aktion wieder nicht so gut bei weg, er kommt zwar zunächst dann an den Ball, versucht dann einen Befreiungsschlag, der wird aber abgeblockt und, äh, dann siehst du auch wieder, dass Gogia im Mittelfeld komplett frei ist, ja, da frage ich mich halt auch, okay, merkt es denn niemand, dass hier noch ein Spieler im Rückraum frei ist, der hat wirklich so viel Zeit, da fast schon gemütlich Richtung Strafraum zu laufen und auch dort fühlt sich dann keiner zuständig, also der steht praktisch einfach ein Jona frei im Stuttgarter Strafraum und, ähm, ich glaube, Bild da war es, der dann die Flanke schlägt und, ähm, oder beziehungsweise was ist eine Flanke oder ein Pass, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall kommt der Ball zu Gogia und, ja, der versucht es dann nochmal und da muss man wirklich sagen, Kobel hält das stark, der hält den Ball stark, ansonsten hätte der VfB ja noch ganz spät, äh, das Gegentor hinnehmen müssen und die gerade so hart erkämpften, oder den so hart erkämpften Punkt noch abgeben müssen, tja, trotzdem muss ich am Ende sagen, das Spiel, ich fand es im Nachhinein besser, als es, ähm, mir während dem Fanradio vorkam, also das, während dem Fanradio hast du das Gefühl gehabt, es ist echt ein Grottenkick, aber das war er definitiv nicht, die erste Halbzeit war sehr, sehr stark von Union, die zweite Halbzeit war sehr gut vom VfB und insgesamt war das ein ordentliches Spiel, würde ich sagen. Ja, total, und auch, ne, diesen, äh, das Kontrastprogramm, äh, 5-1 in, in Dortmund triumphiert und dann wirklich so, so ein schweres Spiel, äh, am Abend halt, ja, mal wieder zu Hause, vielleicht noch mit der Bürde, endlich mal den ersten Heimsieg in der Bundesliga zu holen, in, in diesem Jahr, äh, äh, und dann so einen, so einen schwierigen Gegner, liegst du 0-2 hinten und trotzdem wieder reingekämpft, Punkt mitgenommen, äh, also, ja, glaube ich, hat man Anfang der Folge ja schon gesagt, mit ein bisschen Abstand, äh, kann man da sehr, sehr gut mit leben als VfB-Fan. und dann so ein bisschen Abstand mitnehmen als VfB-Fan. Bye-bye.